Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen! Immer noch im alten Blut? Nein, natürlich immer noch in Wolfenstein. The Old Blood. Oh, ich hasse diese Passagen. So, klettern. Wir klettern gerade hier durch irgendwelche Katakomben in Burg Wolfenstein nach oben. So, ich weiß noch nicht genau, was hier Sache ist, wie es hier gerade weitergeht. Du hast einen Vorteil freigeschaltet, Vampir. Was macht denn Vampir, bitte? Okay, haben wir alles? Limit erreicht. Da ist Zug. Das heißt, Aufzug. Ich will keinen Aufzug fahren. Aber hier geht's zur Haupttorsteuerung. Aber ich, ich, ich... Ah, wir müssen auch keinen Aufzug fahren, sondern... Es geht durch die Klappe im Aufzug. Jetzt würde ich doch Aufzug fahren. Oh Gott, hier sind zwei. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz... Oh, der eine läuft, glaube ich, hier oben drüber. Der eine ist auch wirklich nicht weit weg. Der ist wirklich nicht weit weg. Ich habe mich jetzt tatsächlich bewusst an dem einen vorbeigeschlichen, weil ich will erst den Kommandanten finden. Wenn der nämlich weg ist, dann können wir hier wesentlich... Da ist er. So, Nummer eins haben wir. Nummer zwei ist irgendwo da drüben. Der sieht uns jetzt noch nicht. Das war, würde ich mal sagen, kurzer Prozess mit allem. So macht man das doch heutzutage, oder? Rüstung brauche ich nicht. Das heißt, ich kann mir da einfach liegen lassen. So, dann geht's mal weiter. Noch 15 Meter. Der ist hier gleich irgendwo. Wo? Aber wo? Gott sei Dank haben wir diese schallgedämmte Pistole hier eigentlich. Du rufst keine Verstärkung mehr. Also, nachladen. Eine Kugel könnten wir jetzt doch mitnehmen. Ich finde, ich mache mich gar nicht so schlecht hier als Sneaky Sneaky Blazkowitsch. Ich habe nur gerade ein... Habe ich jetzt ein Problem? Hä? Ich bin wieder hier? Äh, wo geht's denn jetzt weiter? Hier sind wir eben runtergekommen. Ähm, vielleicht doch irgendwo hier rein? Ach ne, hier geht's weiter. Okay. Und hier noch was? Nur eine doofe Zeitung. Okay, dann hier. Jetzt kommt wieder so eine Stelle. Ich bin da... Ich schaffe das immer nur durch Glück. So. Okay, wir sind wieder draußen. Bombenschusszie... Alter Verwalter. Die Waffe wird jetzt echt mal langsam krass. Ich fand die schon vorher krass, aber... Jetzt als Scharfschützengewehr ist die... Drei Nummern härter. Ganz ehrlich. Hier ist niemand mehr. Und wir haben die... Dritte... Den dritten Hebel gefunden. Das Burgtor ist offen. Wir kommen jetzt endlich in die Burg rein. Äh... Ich glaube, hier hat grad irgendjemand... Geschrien. Aber ich seh niemanden. Aber die kommen bestimmt gleich wieder, wenn ich unten bin. Kennen wir ja schon. Kann ich nie einfach hier nach oben gehen? Schon wieder so ein komisches Bild hier mitten im Turm. Das würde doch kein normaler Mensch machen. Und warum können wir denen hier nicht die ganze Infrastruktur kaputt machen hier? Kabel abziehen und so. Siehst du? Ich sag doch, ich komm raus und... Woa 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 woa. Nup, 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 nup. Ich muss mal irgendwo in Deckung gehen. Das Boot ist natürlich nicht mehr da Der lauft schön alle da lang Da kann ich wenigstens nicht am Kopf vorbeischießen Oh guck mal hier ist eine Karte, die hab ich gar nicht gesehen So, kurzen Prozess gemacht Kann ich hier, äh ich sollte nachladen Kriegen wir vielleicht noch ein bisschen Munition dafür Aber ich glaub nicht, dass hier so, doch Schock, nee das war Schockhammer Egal Ist trotzdem wieder voll die Waffe, das ist doch perfekt So, so, so Dann nehmen wir wieder, nein, nicht Akimbo Einzeln, bitte Zu Achtung, Fallgitter Naja, dann Willkommen in Burg Wolfenstein Das kriegt jetzt bestimmt auch keiner mit Oh mein Gott Kapitel 3 Burg Wolfenstein Ich bin mal sehr gespannt Oh Gott, hier Ernsthaft Ernsthaft Oh 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 Ah, ist die leer? Lass mich hier durch Lass mich hier durch Fuck it Okay, also Wir müssen Den irgendwie kaputt kriegen Und ich weiß noch nicht wie Hier sind überall Sachen Aber ich weiß nicht Ich komm da nicht hin, glaub ich So Erstmal Hallo Wieso hab ich keine Granaten mehr? Nein 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 Ich bin gleich tot Lalalalalala Ne, das bringt mir jetzt auch nichts, dass ich die Waffe hab Fuck Okay, das war wieder nichts Ähm, vielleicht sollten wir es mal direkt mit der Waffe probieren, die ich eben zuletzt hatte Nämlich diese da Auch wenn die nur 6 Schuss hat Ja, ich müsste den nur treffen Geht doch Auch wenn ich jetzt keine Munition mehr für die Waffe hab Aber geht doch So Ach komm Könnt ihr mir hier nicht mal Keine 5 Sekunden Ruhe hat man hier Au, hör auf damit So, haben wir jetzt Ruhe Kann, darf ich jetzt, darf ich jetzt hier in Ruhe Ja, ja, ja Darf ich jetzt hier in Ruhe und so So, die haben jetzt hier bestimmt aber eine Tür aufgemacht, oder? Naja, Tür kann man so sagen Ähm Ähm Öffnen an anderer Stelle Okay Ach, hier haben sie eine Tür aufgemacht Nur Sicherheitsdienst Ja, wir sind Sicherheitsdienst Wir dürfen das Ich glaub, ich hätte hier vorher mal probieren sollen reinzulaufen Näääää Wie immer Wie immer Wie immer So Hier ist nur Sicherheitsdienst Wir sind Ich sag doch, wir sind der Sicherheitsdienst Wir bringen hier Wir bringen hier Sicherheit in diesen Laden Äh, ich guck nochmal ganz kurz hier Ist hier noch irgendwas Blinky, Blinky Ist noch eine Kiste Naja, das war nur ein Schock Na gut Wir haben zumindest wieder drei Granaten So Und jetzt auch Ist hier sonst nix Eine Karte Eine Karte ist immer gut Granaten Wir haben nur drei Granaten Äh, was? Ging nicht an Ging nicht vorher fünf? Und warum geht hier direkt Alarm los? Alarm Nö Du triffst mich nicht Öffn An Mann, 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 Mann. Ich fühle mich gerade gestresst von denen. Was waren das denn gerade für Töne in der Musik? Das ist ja... Grauselig. Können wir mal den Alarm ausschalten hier. Ah, was... Was war das gerade? Meine Maus, glaube ich. Natürlich so komische Maushandzuckungen. So, sammeln, sammeln, sammeln. Äh, ja. Warum nicht, ne? Dann lad doch nach. Das stellt für mich überhaupt kein Problem dar. Wie kommt denn der schon wieder da unten eigentlich hin? Und wie hat er das überlebt? Das ist die viel größere Frage gerade. So, Rüstung. Ich will andauernd nachladen bei der Waffe. Dabei klingt das ja gar nichts. Schau wieder diese komischen Töne. Können wir mal bitte den Alarm ausmachen? Ich kriege hier langsam Kopfschmerzen. Nein, 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 nein. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh. Mann, wenn ich sag, geh weg, dann geh doch von der Waffe weg. Dann lad nach. Das ist für mich kein Problem. Guck mal, ich höre sogar kurz auf zu feuern. Aber nur, weil du es bist. Irgendwo ist noch einer. Und schlagartig geht der Alarm. Oh, jetzt habe ich gerade gespuckt. Und schlagartig geht der Alarm aus. So. Junge, mach mal Krafttraining, dass du mehr Munition tragen kannst. Das ist doch ein Zustand hier. Okay, da könnten wir rein. Ich will trotzdem noch mal kurz gucken, was hier hinten ist. Alles voll hier. Ach Mann. Also, ist ja gut, aber, aber, ach Mann. Ich will mehr tragen können. Hier vielleicht noch ein bisschen Gold. Nein, kein Gold. Dann halt einmal da rein. So. So. Du hast eine Herausforderung freigeschaltet. Burgeingangshalle. Ah, da geht's weiter. Ich habe übrigens immer noch nicht verstanden. Immer noch nicht verstanden. Ich würde gerne auf diesen Balken... Das war gerade richtig scheiße. Das war gerade... ...ehrlich gesagt richtig, richtig scheiße. Ich versuche gerade noch rauszukriegen, wo der andere... Nein, ich will da gerade... Nein, 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 nein. Ah. Oh Gott. Ich brauche dringend was zu essen. Oder was zum Heilen. Und wie schlägt der eine denn bitte Alarm? Ich bin da gar nicht in der Gegend. Das ist doch ein ganz anderer Raum, oder nicht? Schluss hier mit Alarm. So. Damit hätten wir die Küche... Wenn das so ist... Wenn das... Ist das die Küche? Ja, ich denke, das ist die Küche. Die hätten wir damit wohl dann auch aufgeräumt. Leider in einer sehr dummen Aktion von mir. Wir gucken uns nochmal hier um, ob ich noch irgendwas Interessantes finde. Aber es sieht momentan nicht so aus. Ich glaube, wir haben hier alles in wilder Rumrennerei schon eingesammelt, was wir einsammeln konnten. Ah, Moment, da ist noch ein Helm. Ah, hier ist noch was zum Heilen. Jetzt tauchen die Sachen auf einmal auf, oder was? Ah, ist hier noch... Hier sollte ich vielleicht mal nachladen. So, eine reicht. So, und damit würde ich an dieser Stelle sagen, wir sind... Es ging jetzt schon wieder unglaublich schnell. Es sind schon wieder 20 Minuten rum. Wahnsinn. Also mir selber kam das jetzt gar nicht so vor. Ich dachte, ich hätte erst vor 5 Minuten die Folge gestartet. Dann war das ja anscheinend sehr, sehr kurzweilig. Zumindest für mich. Ich hoffe für euch auch. Und würde damit an dieser Stelle sagen... So, wir verstecken uns mal hier. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Wolfenstein The Old Blood. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020